Wir sehen hier sechs unterschiedliche Einkommensströme, nämlich einmal YouTube, dann den Podcast oder die Podcasting-Plattform Anchor.fm, Udemy, Skillshare, Coachings und das T-Shirt-Business. Das sind jetzt natürlich hier komplett fiktive Summen, es sind bloß einfach Summen, wo ich denke, die sind relativ realistisch zu erreichen. Zum Beispiel, wenn du einen YouTube-Kanal aufbaust, ist es meines Erachtens wirklich ziemlich einfach, 10 Euro damit am Tag zu verdienen. Ich weiß, dass es nicht besonders viel, bloß wir gehen davon aus, dass es 10 Euro jeden Tag macht, für sagen wir mal 30 Tage im Monat, heißt also 300 Euro pro Monat. Wir haben also nun eine kleine Einkommensquelle. Das reicht noch nicht mal aus für den Studentenjob, aber 300 Euro ist schon mal ein wenig Geld, das wir jeden Monat reinkriegen. Dann natürlich könnte man zum Beispiel seine YouTube-Videos nehmen und publiziert die einfach auf einer Plattform wie zum Beispiel Anchor.fm. Das ist auch nochmal eine Plattform, wo du zum Beispiel gerne mit deinen YouTube-Videos 15 Euro nochmal verdienen kannst. Das sind wie gesagt hier alles sehr theoretische Summen, aber was du praktisch machst, ist folgendes. Du gehst am Morgen zum Beispiel auf YouTube und erstellst deine zwei YouTube-Tutorials oder ein YouTube-Tutorial oder vielleicht brauchst du auch nur eins die Woche und verdienst damit deine 10 Euro. Dann bist du damit fertig und weißt, okay, der nächste Schritt ist, ich nehme dieses Video und publiziere das als eine Audiodatei über Anchor.fm. Dadurch hast du weitere 15 Euro verdient. Du hast also nun bereits morgens 25 Euro verdient. Ich weiß, das hört sich alles noch sehr theoretisch an, wir kommen gleich nochmal ein bisschen mehr zur praktischen Seite. Du weißt gleichzeitig auch, dass du nachdem du diese beiden Dinge gemacht hast, auf jeden Fall erstmal Kurse produziert. Das heißt, du produzierst deine Udemy-Videos, du publizierst Videos auf der Plattform Udemy, also wie gesagt, publizierst da Kurse, aber nimmst Videos auch für diese Kurse und nimmst dieselben Videos und publizierst sie nochmal über solche Plattformen wie zum Beispiel Skillshare. Du weißt, dass du mit Udemy vielleicht ungefähr 100 Euro am Tag machst, das kann auch gerne weniger sein, sei es nur 50 Euro am Tag oder 20 Euro am Tag oder was auch immer, aber du weißt auf jeden Fall, mit der Arbeit, die du jeden Tag tust, wirst du auf jeden Fall auf Udemy dieses Geld verdienen. Auch wenn es nur vielleicht 10, 20, 30 Euro sind. Ich spreche wirklich über Beginner, die wirklich mit 0 Euro starten und vielleicht ein bisschen Geld sich hinzuverdienen wollen oder vielleicht davon leben wollen. Und nehmen wir mal an, du hast die Videos dann auf Udemy publiziert, dann packst du nochmal auf Skillshare, auf Skillshare machen sie auch nochmal ein bisschen Geld und dann natürlich hast du vielleicht nochmal ein, zwei Coachings am Abend und kannst dann da vielleicht nochmal 200 Euro reinholen und vielleicht publizierst du nochmal ein paar T-Shirt-Designs und weißt ungefähr, dass du, sagen wir mal 70 Euro am Tag im Durchschnitt mit deinem T-Shirt-Business machst. Und ich weiß, dass es für viele Leute vielleicht etwas unrealistisch ist, diese bestimmten Summen zu verdienen. Bloß, ich habe einfach mal probiert, relativ tief zu bokern. Ich denke, für die meisten Leute ist es definitiv möglich, über YouTube 10 Euro zu verdienen, auch mit relativ wenig Anstrengung. Du nimmst einfach die Videos und packst sie nochmal auf Anchor. Da weißt du also, okay, dann mache ich vielleicht nochmal so 15 Euro pro Tag. Das ist auf jeden Fall realistisch, auch mit einem ganz, ganz kleinen Podcast. Wenn du ein paar Videos oder ein paar Kurse auf Udemy publizierst, ist es meines Erachtens definitiv möglich, in drei bis vier Monaten auf mindestens 100 Euro am Tag auf Udemy zu skalieren. Das ist absolut gar kein Problem. Und da du ja bereits Videos für YouTube publizierst oder produzierst und diese auf NKFM packst, kannst du ja vielleicht auch neue Videos noch für Udemy publizieren. Und da du sie auf Udemy publizierst, kannst du sie auch auf Skillshare packen. Da weiß ich immer, da kommt auch noch ein bisschen Geld rein, vielleicht 30 Euro am Tag. Das wirst du auch auf Skillshare ziemlich, ziemlich einfach erreichen. Ich glaube sogar, wenn du dich anstrengst, innerhalb der ersten zwei Monate, 30 Euro am Tag, kriegst du auf jeden Fall dahin. Und wenn du deinen YouTube-Kanal weiterpuschst und immer mehr Videos zum Beispiel publizierst, in denen du sagst, ey, buch doch ein Coaching mit mir, nimm doch irgendeinen persönlichen Termin bei mir wahr, lerne von mir, wie man Einkommensströme aufbaut und so weiter und so fort, wirst du auf einmal ein paar Coaching-Kandidaten haben. Leute, die sich dafür interessieren, was du eigentlich in deinem Leben tust und die gerne von dir lernen würden. Auf einmal fängst du an, vielleicht ein Coaching am Tag zu buchen. Zum Beispiel nehmen wir mal an, jetzt mein Coaching-Preis ist ja für eine Stunde 149 Euro, plus Umsatzsteuer haben wir natürlich dann 177,31, also Umsatzsteuer, wie gesagt, 19%. Wenn man es jetzt ganz krass aufrundt, könnte man sagen, so 200 Euro. Wie gesagt, ist ein bisschen zu stark aufgerundet, aber ihr wisst, was ich meine. Heißt, sagen wir mal, wir kriegen nochmal einen Coaching-Kandidaten pro Tag rein, sondern es ist nochmal, vielleicht 170 Euro, 180 Euro, 200 Euro, die du damit verdienst und natürlich T-Shirt-Business bei 70 Euro anzusetzen, ist vielleicht für einige von euch unrealistisch, bloß wenn ihr halt einige tausend Designs habt und ihr arbeitet jeden Tag vielleicht eine Stunde, zwei Stunden an euren T-Shirt-Businesses, dann kann es gut sein, dass die hier nochmal 10 Euro reinkommen, da kommt über Sezzle vielleicht nochmal 5 Euro rein im Monat, dann kommen vielleicht über Spreadshirt 300 Euro rein, über Merch bei Amazon 400 und so weiter und so fort. Das heißt, ihr habt diese ganzen Einkommensquellen, die ganzen kleinen Einkommensquellen und zusammen ergeben sie gutes Geld. Du kannst zum Beispiel auch Folgendes tun und deswegen bin ich auch immer darauf aus, kleine Einkommensströme aufzubauen. Du kannst zum Beispiel als Affiliate arbeiten und wiederkehrende Einkommensströme aufbauen. Zum Beispiel eine Affiliate-Kommission, die ich jeden Monat bekomme, ist für die Akademien, die ich für Leute baue und ich bin immer ganz offen, ich habe praktisch einen Service, wo ich Leuten Akademien baue, wo sie auch die Datenschutzerklärung und so weiter und so fort bekommen, also, sagen wir so, die Informationspflicht zur Datenschutzverordnung, die ist GVO und sie kriegen dann nochmal Impressum und so weiter und so fort und sie kriegen das alles von mir umsonst. Ich baue die Akademie komplett umsonst und dafür, wie gesagt, nehme ich einfach eine Affiliate-Kommission, weil sie eine Software kaufen müssen, die nötig ist, um die Akademie aufzubauen. Und so kannst du dir zum Beispiel auch wiederkehrende Einkommensquellen schaffen. Und wenn du zum Beispiel merkst, okay, diese Einkommensquellen noch macht mir nochmal 100 Euro im Monat, eine weitere andere macht mir vielleicht 200, die macht mir 300, die macht mir 50, die macht mir 20 und so weiter und so fort. Und irgendwann dann legst du die ganzen Einkommensströme zusammen und merkst, hm, da kommen jetzt nicht nur 200, 300 Euro im Monat raus, sondern auf einmal 1200, 1500. Und du merkst, ich kann auch hier vielleicht ein bisschen mehr skalieren. Vielleicht schaffe ich es ja nächsten Monat, 12 Euro am Tag mit YouTube zu machen und 16 Euro mit Anker am Tag und vielleicht 120 mit Udemy und vielleicht 40 mit Skillshare und so weiter und so fort. Warum genau mache ich dieses Video? Aus folgendem Grund. Nämlich, als ich zum Beispiel anfing, mein Unternehmen zu gründen, bin ich einfach nur jeden Tag von Station zu Station gelaufen. Ich wusste ganz genau, ich möchte mein Unternehmen skalieren und der einfachste Weg, dies zu tun, ist diese kleinen, unterschiedlichen Einkommensströme zu skalieren. Das heißt, ich habe jeden Tag für all diese Einkommensströme Zeit aufgewendet. Habe morgens mich hingesetzt, habe YouTube-Videos gemacht, habe diese dann zum Beispiel, das mache ich im Übrigen jetzt gerade zum Beispiel, lade die hoch auf so eine Plattform wie Anker.fm. Als ich startete, wie gesagt, in meinem Unternehmen, habe ich jeden Tag Udemy-Kurse aufgenommen. Ich wusste ganz genau, dass ich mit Udemy sehr gut 100 Euro am Tag machen kann. Das ist absolut gar kein Problem. Du kannst auch übrigens ganz unproblematisch, also nicht ganz unproblematisch, dafür brauchst du schon ein paar Jahre, aber auch 1000 Euro am Tag mit Udemy machen. Das ist definitiv nicht unmöglich und ich weiß, dass es viele Leute tun. Oder zum Beispiel solche Plattformen wie Skyshare. Hier denke ich mal, kannst du ganz, ganz schnell auf 30 Euro am Tag skalieren und dann, wie gesagt, ist the sky the limit. Du kannst immer weiter skalieren. Dasselbe ist auch mit den Coachings. Ich hatte angefangen, da hatte ich vielleicht gerade mal, naja, vielleicht ein, zwei Coachings die Woche. Jetzt habe ich in den meisten Fällen vier bis fünf Coachings am Tag. Aber indem du dir selbst sagst, ich werde jeden Tag eine bestimmte Zeit mit diesen Einkommensströmen verbringen, wirst du jeden Einkommensstrom für jeden Monat größer machen. Zum Beispiel eine Regel, die ich mir persönlich immer setze, ist, ich versuche, jeden Einkommensstrom jeden Monat zu vergrößern. Ich schaffe das nicht immer, aber es ist dennoch halt mein Ziel, genau dies zu tun. Das heißt, ich gebe mein Bestes und versuche natürlich immer, meine Schwächen auch zu analysieren. Klar, man sollte an seinen Stärken arbeiten, bloß nicht im Sinne von Geld. Wenn unten ein Einkommensstrom schwächelt, dann willst du natürlich da auch mal ein bisschen mehr Arbeit wieder reinstecken, dass dieser Einkommensstrom wieder mehr Geld abwirft. Und indem du dir sagst, okay, ich nehme eine bestimmte Anzahl an Einkommensströmen, vielleicht kann ich sie sogar miteinander verbinden, zum Beispiel YouTube und Anchor, Udemy und Skillshare. Indem ich diese Dinge miteinander verbinde, kann ich natürlich auch nochmal diesen Effekt ausnutzen, Dinge wiederzuverwenden und vor allen Dingen kann ich so natürlich auch schneller skalieren, weil ich dann zwei Einkommensströme zur selben Zeit aufbaue, aber mit nur einem einzigen Mal Arbeit leisten. Das heißt, die Quintessenz von diesem Video hier ist folgendes. Baue dir mehrere Einkommensströme auf, wo du zum Beispiel wirklich jeden Tag hingehen kannst und dir dein Geld abholen kannst. Sei es dann zum Beispiel bei YouTube, da weißt du, da muss ich zum Beispiel ein Video jeden Tag machen, um 10 Euro ein bisschen zu machen. Dann muss ich dieses Video auf Anchor posten, mache ich wie gesagt 15 Euro mit. Dann vielleicht packe ich meine Videos, also nicht nur die YouTube-Views, sondern eher andere Videos auf Udemy, publiziere vielleicht 10 Videos am Tag, weiß, dass mit dir ungefähr 100 Euro machen, publiziere nochmal auf Skillshare als einzelne Kurse, da weiß ich auch nochmal, dass jeder Kurs vielleicht 3-4 Euro macht. Vielleicht innerhalb der ersten 24 Stunden, zack, habe ich nochmal 30 Euro verdient und ich weiß, dass ich vielleicht es ungefähr hinkriegen kann, eine Person am Tag zu coachen, nochmal 100, wie jetzt in meinem Fall 177, 31 oder wenn du ein bisschen höheren Preis nimmst, vielleicht 200 Euro und dann abends erstellst du vielleicht nochmal 100, 200 T-Shirt-Designs und weißt dann, okay, ich habe 70 Euro damit nochmal gemacht, weil ich davon ausgehe, dass zum Beispiel nun dieses Business oder dieses T-Shirt-Design vielleicht 10 Euro im Jahr macht oder was auch immer. Sich Einkommensströme zu nehmen, wo man halt diese Instant Gratification hat, ist gar nicht mal so schlecht. Zum Beispiel YouTube ist halt so ein Einkommensstrom mit einer sofortigen Gratifikation, da kannst du noch 24 Stunden reingucken und siehst ganz genau, wie viel Geld du gemacht hast. Dasselbe hast du halt auch bei Anchor.fm. Relativ ähnlich ist es auch bei Udemy oder Skillshare, bei Coachings natürlich klar, da kriegst du das Geld und machst das Coaching und beim T-Shirt-Business muss man halt ein bisschen warten, ist aber dann so ein Einkommensstrom, den man meines Erachtens relativ einfach skalieren kann. Such dir erste Einkommensströme, wo du jeden Tag hingehen kannst, du weißt ganz genau, was du tun musst, um diese Einkommensströme zu skalieren, mach es nicht zu kompliziert, mach es simpel, lass es simpel, mach die Dinge, die du tun musst, damit diese Einkommensströme wächst und setze dir selbst die Regel, dass sich niemals ein Einkommensstrom verkleinern wird, sondern dass du versuchst mit so viel Kraft wie du irgendwie möglich an allen Einkommensströmen zur selben Zeit zu arbeiten. Und dann gehst du wie zum Beispiel hier im Kreis und sagst zum Beispiel, morgens mache ich meine YouTube-Videos und meinen NKFM-Podcast, dann nehme ich Udemy auf, die Udemy-Videos packen ich noch auf Skillshare, abends habe ich vielleicht ein Coaching und dann bevor ich ins Bett gehe, designe ich nochmal ein paar T-Shirts und dann hat sich praktisch dieser Kreis hier geschlossen. Aber gut, das war es nun hier für dieses Tutorial. Wenn du dir mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtest, dann gehe doch gerne in die Videobeschreibung, dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Tutorials wiedersehen können.